Sensation! FTP-Generalsekretär soll sich nachdenklich über Corona geäußert haben. Geschieht denn etwa ein Wunder? Eigentlich würde man doch von der FDP erwarten, dass sie sozusagen so Pharmaindustrie und Medizinindustrie freundlich ist, dass sie auch alle Gefährlichkeitsüberschätzungen, mit denen die Welt in eine impfwillige und impfbereite Konsumentengeschichte für die pharmazeutische Industrie, für die Impfindustrie und die Testindustrie verwandelt werden kann. Eigentlich erwartet man doch, dass also die FDP eigentlich jede Gefährlichkeitsüberschätzung seitens der Industrien glauben sollte, aufgrund derer dann riesige Verkäufe und vielleicht sogar weltweite Impfpflichten sozusagen durchgedrückt werden können. Und jetzt stellt gerade diese FDP sozusagen die Sache in Frage und soll sowas ähnliches gesagt haben, sagt die Berliner Zeitung, wie wir haben keine bedrohliche Lage. Super! Das wäre doch eine dezente Annäherung an die Realität. Wenigstens ein wenig Annäherung an die Realität in Deutschland. Deutschland, das ist ein Hammer. Das würde ja bedeuten, aber dass er das ganze Ausmaß der Gefährlichkeitsüberschätzung sozusagen richtig erfasst, sozusagen ist wohl unklar. Also denn die Gefährlichkeitsüberschätzung für Deutschland ist ja so, dass wenn wir jetzt nicht ganz streng bei all diesen grundrechteeinschränkenden Maßnahmen bleiben, dann fallen bei uns demnächst 900.000 Menschen tot um wegen Corona. Das ist ja die Gefährlichkeitsüberschätzung von Herrn Professor Drosten und von der gesamten pharmazeutisch-medizinischen Industrie. Und letztendlich sozusagen, wenn wir das mit Weißrüsseln vergleichen, wo überhaupt kein Lockdown, kein Shutdown gemacht wurde, wo man das alles ignoriert hatte und man dort auf 10 Millionen gerade mal 800 sogenannte Corona-Tote hat sozusagen. Und wenn wir dann auf Schweden schauen, dass mit 5.800 Toten relativ mehr Tote hat, dann können wir sagen, dass wenn wir die weißrussischen Daten und auch die Zeugenbefragungen durch Journalisten in Weißrussland und Schweden nehmen, dann müssen wir sagen, dass wir es wahrscheinlich zu tun haben mit dem Gefährlichkeitskaliber einer milden Grippe bis zu einer recht schweren Grippe. Aber beides kein Grund für irgendwelche Lockdowns oder Shutdowns. Ich glaube, so weit ist die FDP dann noch nicht, dass sie also erkennt, dass alle diese Maßnahmen sinnlos waren. Man kann ja aus Panik vielleicht heraus, nee, eigentlich war schon die erste Maßnahme, beruhte schon auf einer drastischen Gefährlichkeitsüberschätzung, wie sie aber eben für die Medizinindustrie und pharmazeutische Industrie normal ist, weil sie ja der Treiber ist, mit Hilfe dessen man grundsätzlich viele Impfungen, viele Tests verkaufen kann und viele Behandlungen verkaufen kann. Also das Wesen eines völlig missratenen weltweiten Gesundheitssystems mit grundsätzlichen Fehlanreizen ist eben die Gefährlichkeitsüberschätzung. Und dass die FDP so etwas als vermeintlich Konzern und industriefreundliche Partei jetzt durchschaut und sogar angreift und in Frage stellt, das ist erstaunlich. Alle weiteren Infos zu den Reformen, 20 Reformen der NextScientistsForFuture eben auf NextScientistsForFuture.de alles ein Wort. Ja, soviel zu dieser Eilmeldung. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald.